Bonos ist da, Rob. Wollte dich nur ein bisschen triggern. Come on. Ja, Pinke sind auch drin, nice. Mehr Multi. Okay, schon mal gut, ne? Jetzt noch mal ein Multi. Okay. Grapes. Komm, Hit nochmal. Äh, no. Äpfel. Jetzt Multi. Blau. Blau. Äh, Multi. 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 Yes. Oh. Huge. Nice. Alter, nice. Okay. 260x. Maschallah. Guter Vorschlag, Rob. Komm, gib einfach nochmal einen Bonus. Das war bisher unbefriedigend. Guck, wie der tumbled, aber kommen keine Lollis rein. Erstmal gleich schön 10k Bonus anvorbereiten für Mittwoch. Oh, Lolli, Lolli, Lolli. 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 Yes. Aber so ein Tumblewin mal dann mit Multi halt, ne? Das wäre auch stabil. Töne, vertrauen mir, Brudi. Okay, let's go. Wir sind jetzt auf 1,80 die Spiele halt, ne? Habe ich gesehen, ja. Interessant. Sehr interessant, ja. Sehr interessant, ja. Sehr interessant. Oh, oh, oh! Mehr Tumble. Mehr Tumble. Lila nennen. Oh, was? Oh, schau. Was? So ne Pfuffi-Bomb, aber ne kleinen Tumble halt, ne? Bah. Das hätte es sein können grad, ne? Oh, ja. Oh, oh, oh! Was? Warte mal, warte mal, warte mal, wie viel ist das? 18 Euro? Mal. Oh, was? Was? Juge, was? Da kriegt meine Hand doch mal richtig. Hä? Hä? Okay. Okay. Digga. 81 Euro hatten wir Rest, okay? Comeback. Digga, das sind über 500x, ne? 600x. Digga, was? Hä? Raiden? Okay, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht sowas. Was war das für ein Tumble Win? Digga, und der Multi. Okay, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind am Start. 1000 am Balance. Wir sind noch, wir sind wieder am Start. Nochmal sowas. 1000 runter machen und wir nebenbei noch weiter laufen lassen. Junge. Joa, ne? Kann man mal machen. Digga, okay. Damit haben wir die Balance gesaved, würde ich mal behaupten. Ja. Was war das?